Jetzt stellen wir die Uhr um beim neuen Nissan Note. Der neue Nissan Note, den gibt es mit dem Nissan Connect, also dem großen Bildschirm, da ist die Uhr nicht sichtbar, oder mit dem ganz normalen Radio und hier stellen wir die Uhr jetzt um. Dazu klicken wir erst auf die Taste Setup, bewegen den Wählhebel auf Clock, bestätigen mit Enter, bestätigen noch einmal mit Enter und können jetzt wieder über den Drehhebel die Uhr nach vorne stellen. Mit Enter bestätigen, die Minuten lassen wir gleich, wieder mit Enter bestätigen, auf Zurück, Zurück und die Uhr ist fertig.